Ein leider recht problematisches Thema, gerade für uns Trainer, ist die sogenannte Rentenversicherungspflicht von Trainern. Viele selbstständige und freiberufliche Trainer sind trotzdem rentenversicherungspflichtig, obwohl sie nicht angestellt sind. Wie kommt das? Relativ einfach. Der Gesetzgeber sagt, dass ein Trainer in einer lehrenden Tätigkeit ist. Lehrende Tätigkeiten gehören zu den Ausnahmen der Selbstständigen, die trotz der Selbstständigkeit in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Ob du der Rentenversicherungspflicht unterliegst oder nicht, wird über ein Prüfverfahren, ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren, der Deutschen Rentenversicherung Bund überprüft. Diese entscheiden darüber, ob du rentenversicherungspflichtig bist oder nicht, beziehungsweise in letzter Instanz das Sozialgericht. Bei diesem Prüfverfahren sieht es aber so aus, dass es eine Vielzahl von Fragen gibt, die auch nicht mit Ja oder Nein zu beantworten sind, sondern es wird gefragt, wie sieht ein üblicher Arbeitstag aus. Es ist klar, dass wenn man all deine Antworten auf einen Tisch legt und mehrere Leute bittet, deine Situation einzuschätzen, dass unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Das kann also sein, dass Leute sagen, du bist versicherungspflichtig, andere sagen, du bist eben gerade nicht versicherungspflichtig. An der Stelle ist es wichtig, einen Rechtsbeistand zu haben. Ich arbeite mit sehr guten Rechtsanwälten zusammen, die deine Position an der Stelle vertreten würden. Das Thema ist so brisant, weil die Deutsche Rentenversicherung Bund die Beiträge der letzten vier Jahre zurückfordern kann. Dort kommen enorme Summen zustande. Ich habe schon von Fällen gehört, wo über 40.000 Euro eingefordert wurden. Und es ist ja nicht nur so, dass man dieses Geld rückwirkend bezahlen muss, sondern man muss ab dem jetzigen Monat auch die aktuellen Beiträge mitbezahlen. Nehmt das also nicht auf die leichte Schulter. Informiert euch frühzeitig, zumal es auch Möglichkeiten gibt, sich trotz der Selbstständigkeit als Trainer von der Deutschen Rentenversicherung Bund befreien zu lassen. Eine Möglichkeit ist es aufzuzeigen, eben gerade nicht lehrend tätig zu sein. Das kommt allerdings nur in Frage für Trainer, die beispielsweise nur eine Aufsicht auf der Trainingsfläche sind, aber keine Trainingspläne schreiben. Bei der Ernährungsberatung ist es auch so, dass man davon ausgeht, dass diese Tätigkeit nicht lehrend ist. Eine weitere Möglichkeit ist es, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, bei der man Gesellschafter und Geschäftsführer ist. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass man nicht allein ausführendes Organ ist. Das heißt, es müssen auch noch andere Leute in dieser Gesellschaft beschäftigt sein. Ebenso kann man sich von der Rentenversicherung befreien lassen, wenn man eigene Räumlichkeiten betreibt. Dazu gibt es ein Urteil vom Landgericht Berlin-Brandenburg, das ich euch auch zur Verfügung stellen würde, wenn das für euch in Betracht kommt. Entscheidend ist aber auch an dieser Stelle, dass man nur die Einkünfte, die man innerhalb der eigenen Räumlichkeiten verdient, von der Steuer befreien lassen kann. Alle anderen Sachen, wenn ihr in externen Studios seid und dort noch Geld verdient, die würde es nicht betreffen. Die vierte Möglichkeit, die es gibt, ist, wenn man mindestens einen sozialversicherungspflichtigen Angestellten hat oder mehrere Minijobber, die zusammen mehr als 450 Euro verdienen. Auch in diesem Fall kann man sich von der Rentenversicherungspflicht von Trainern befreien lassen. Ob einer dieser Gründe bei euch greift oder nicht, solltet ihr unbedingt mit einem Anwalt klären und ihr müsst es im Vorwege klären. Das heißt, macht euch jetzt schon Gedanken darüber, ob ihr in diese Pflicht kommt oder nicht, da das Risiko deutlich zu hoch ist.